Zwei, eins, go! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ASMR HWSQ. Oh ja, hallo. Hallo, nein. Ich esse jetzt super. Ja, wir sind wieder bei Speedrunner. Warte, warte. Ich bin nur gespuckt. Oh, das ist aber geil. Das ist meine Unterhose. Ich will das kaufen. Nein. Doch, ich will das kaufen. Huch. Hä, werden wir noch in den Schädel genommen? Irgendwann auch in den Schädel, oder? Nee. Ich hab die Winkelkatze. Rutsche in den Gespein, um sie anzugreifen. Boah, bestimmt achte ich nicht auf meinen Schar. Ja, greif mich gerne mal an, Tobi. Boah, meiner ist richtig ready. Yeah. Yeah, ich bin's. Katzen, Curry. Wee. Guck mal, der springt auch wie eine Katze. Wee. Mau. Blitzig. Oh, scheiße. Oh, was ist denn los? Wie heißt eure... Oh, was ist denn los? Wie heißt eure nochmal Puschel? Ich brauch' meinen Huhn. Oder wie heißt eure Katze nochmal? Oh, also ohne Huhn kann ich dich hier auch nicht ernst nehmen, ey. Oh, oh, Alter. Oh. Boah. What? Nein. Boah. Da komm ich nicht mehr raus. Scheiße. Boah, das ist doch mal hier, ey. Okay, die Kasten-Maps sind aber ein bisschen schwieriger an manchen Stellen. Ja, die sind hart, ne? Die sind echt heftig, ey. Scheiße. Uff. Wie heißt nochmal eure... Ich vermisse mal einen Huhn, ich will mal einen Huhn. Ja. Die haben gar keine Katze. Die tun sie halt auch. Ja, aber die, die immer bei euch essen kommen. Die hast Purzel. Purzel, genau. Ich bin Purzel, guck mal. Mau. Ich bin doch nicht Purzel. Oh, nein, ich bin doch genauso gut aus Glück. Ich komm nicht hoch. Tschüss, Purzel. Wow, ich kann da gar nicht stolz auf sein. Ich hatte nichts mehr zu essen. Ich will mal einen Huhn wieder zurück. Ja, Hase. Wie meine Katze springen. Hui. Das war jetzt aber wieder nicht so gut. Boah, was? Was war das denn von euch, ihr? Jetzt renne ich halt drauf. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen dich beide wegsprengbaren. So, aber, ey. Du bist ja ganz ausgefuckt. Ja, wir sind ganz ausge, äh, gemiaucht. Ja, nein, nein. Ich bin doch nicht mehr. Ey, Erik, immer weg mit deinem Tonschädel. Es ist so ungewohnt, um Erik, mich als Ton zu sehen. Was? Identifiziere ihn. Also, ich finde, der Skin passt viel besser zu dir. Wir müssen da links senkt dran, Leute, ne? Tobi. Wir beide sind einfach die geilsten. Ach, komm. Arschloch. Hey, wo bin ich denn da? Tschüss. Was? Was soll das denn? Mal Liebe. Was denn? Was? Jetzt hat er so eine fucking Kiste. Ah, boah, ich hab doch vorher verschworen. Arschloch, Arschlächer. Boah, das ist aber ganz schön, ey. Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Das geht doch gar... Miau. Das ist mir ein Kacke, du stirbst. Das geht doch miau. Das geht doch gar nicht. Hey, wie, wie, wie? Wie macht ihr das? Nein, Tobi, nein. Boah, Alter. Boah, Alter, Alter. Warte mal, warte mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nee, nee, ich hab was zu reden. Ich muss auf Toilette, ich muss rennen. Ficken. Was? Deswegen ist dein Kopf so groß und rot. Tobi, was ist da los, Tobi? Wenn man das einfach nur mal so übersetzen, nur das Video, das Transkript nehmen würde, ey. Das ist doch wohl nicht wahr. Scheiße. Wo bin ich denn? Das ist aber gemein hier. Das war jetzt ne dumme Aktion. Das hier auch gerade. Oh, ne, wieso, wieso will ich mich hier oben sch- Äh! Nein! Hey! Ich bin doch mal auf! Scheiße, ich komm nicht auf! Hey, Tobi. Scheiße, ich dachte, das wär was anderes. Scheiß Kisten. Das ist doch, Fick doch, Spie! Ey! Ja, ja! Wooo! Das ist aber jetzt ganz mies. Oh Gott. Jetzt wird's geil. Hä? Warum komm ich da nicht hoch? Ja das ist echt so ne Behinderung vom Skin Ne ich glaub ich spring einfach falsch, ich nehm den Schwung nicht mit Ja guck mal ich komm auch nicht hoch Also ich hätte es dir jetzt echt gegönnt Haben wir es los? Ja Hi Moin Soll man hat den Hand ins Ziel? Was? Komm mach mal jetzt was Ja Wow Oh nein Oh Gott Oh frisch Was? Oh was wie er da durchgestraft ist Nein wie sollt mich das noch erwischt? Oh Oh was? Nein, nein, nein 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 Oh ich hab gewonnen Oh ich hab gewonnen Ja ein Wunder ist geschehen Die Einzige der ich's gönne Geil ihr habt einmal gewonnen und ich immer noch nicht Geil doch du hast gewonnen Ne ich hab noch nicht einmal richtig gewonnen Oh darf ich kurz das Huhn wieder nehmen? Du hast letzte Folge gewonnen Tobi Achso ah ok Das Huhn Oder nochmal ganz kurz gucken Charakter hat ja gar keine Skins Du hast letzte Folge gewonnen Tobi Hör auf zu lieben Komm für die Zuschauer nehm ich kurz den Hai oder? Damit die den auch mal sehen Aber du bist doch der Ja komm mach dann Ja 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 komm für die Zuschauer Für die Menschen Natürlich Ewig das Huhn Nachher nehme ich das Huhn natürlich wieder Ich kotze gleich Also ich find das voll super So let's go Ich find das klasse Klasse Spitze ist das Spitze Spitze Knackig Oh Gott Die Maps sehen halt alle gleich aus irgendwie Kann das sein Oh Tobi du siehst auch gleich aus Ja ich weiß Jeden Tag Kann auch nix für Tobi Oh Tobi Hui 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 Oh Windrad Wow Hatten wir die nicht schon mal vorhin? Oh ich bin tot Natürlich Keine Ursache Tobi Naja Falsche Richtung Nächster Bahn Doch Oh na Naja Oh nein bisschen nicht Denk 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 Oh nice Hast du dich grad selber getroffen? Haha Ich weiß es nicht Ob Pan sich da gerade selber getroffen Nö Nö Doch die hatten wir schon mal Ah Okay Ja Juhu Jetzt hast du aber Bock Jetzt hast du Bock Naja wirklich Jetzt ist Pan war mit Frau das Spiel nie wieder spielen dann Ja weißt du jetzt Will sie das nämlich immer spielen Genau wie Uno auf einmal will sie das immer spielen weißt du Komisch Komisch Pan komisch Nee Nee Guck mal wie sie Nee sagt obwohl es stimmt No Du brauchst gar nicht warten Tobi Wieder warte damit das ein scheiß Haken geht Ich hab gerade überlegt ob wir da hinten vielleicht hin müssen Ja überleg mal weiter Tobi komm Geh mal nach dem Weg fragen Unter Maul Ey 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 stopp Ach komm Alter der Hai Der Hai Der springt die ganze Zeit Der springt die ganze Zeit Guck mal Der springt die ganze Zeit Wenn der springt dann macht der so nen Köpper Wo bin ich Wo bin ich? Achso Alter Alter Moin Hä? Oh fuck ich dachte das geht da rum Oh ich bin so doof Doch ich bin richtig doof Doch ich bin richtig doof Ich dachte für einen kurzen Moment als du da abgebogen bist dachte ich äh bin ich jetzt falsch gelaufen Ja 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 naja Tobi Ihr könnt das klären ja Oh leck mich doch am Arsch ey diese hessische Winkel Die Katze ist halt echt cool Wir sind besser Boah krass Tobi das darfst du dir nicht sagen heutzutage Das ist genau wie Playstation gegen Xbox Hey 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 Was? Das gibt's ja nicht Guck mal wie der da rumfliegt Guck mal hui Ja echt Guck mal Pan Guck mal hui Oh 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 Ja sicher Ja Tobi was ist denn los hä? Guck mal guck mal Wie das aussieht Äh äh Als wenn der die ganze Zeit sich so einfach fallen lässt Ja So voll motivationslos einfach ey Ja gut dann renne ich halt mit Also ja gut Ja Ich kann nicht mehr Oh 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 Tobi komm Komm greif zu jetzt Alter Tobi gib nicht auf Der ist wütend der brennt Ich krieg wieder ne ne scheiß Kiste Hat der auch hat der auch Ja Ja der liegt da drin Oh Hey Tobi Hab dich lieb Alter was Oh Gott, nein! Was? Was soll ich denn machen in der Luft? Alter, was soll ich denn in der Luft machen? Flieg, kleiner Curry. Sag doch noch einmal und ich verbrenne dein Gesicht. Hör auf, das Gesicht von meinem Freund zu verbrennen, Mann! Ich verbrenne dein Gesicht. Puh! Okay, ich muss nochmal ganz kurz eben. Was denn? Musst du nochmal zurück, oder was? Obwohl der Hai mir eigentlich ganz gut gefällt. Nimmst du jetzt Spiss? Nein, du musst das Huhn nehmen. Ach komm, ja gut, ich bin das Huhn. Wo ist das Huhn? Gibt's da auch einen Skin, der Tschüss heißt? Oh, meine Hände schwitzen. Wie lebst du noch eigentlich? Also geht's dir noch gut? Ja. Tobi klingt richtig happy. Hä, wie endet ihr denn die Farben da? Ich bin zu doof für alles. Curry macht Team, alles klar. Curry macht Team, guck's dir an. Nein, ich will gar nicht Team sein. Doch, ich bin jetzt mit Tobi im Team. Ja, aber ich jetzt mit Erik im Team. Ey! Hä? Hä? Wie, aber vor allem Fall. Wir fallen doch gerade an. Ja, Hase. Ja? Ich bin raus zu früh. Hey, wo bist du? Hä? Hä? Warum? Ich bin zufrieden. Dann schwich ich mit Tschüss. Ich bin zufrieden. Entschuldigung. Ja, Hase. Hase. Hase kurz noch zu dritt. Wegen Team. Uuuuh. Freude kommt auf, ey. So. Wie mach ich denn hier nochmal Team? Nee Nee Ja Also, bereit? Krass Bin bereit Aber seid ihr jetzt auch mit mir? Ja, bei dir steht das ja Du bist immer noch mit Tobi im Team Oder? Ja, ich bin mit Tobi im Team, ja Ja Wir sind kein Team Aber Tobi glaube ich nicht mit mir Ja, das dachte ich jetzt auch mit dir Ich weiß es, ich bin mir nicht sicher, oder? Ich weiß es nicht Welcome to Speed City, ja toll Der Tobi ist ja ruhig geworden Nee Los, Speed City, geil Oh, doch nicht Oh Tobi, ich bin im Team, denk dran, ne? Also, Kacke Ich glaub, da gibt's kein Team, ne? Kein Team Beschuss, oder? Ich jetzt Probier mal Ich denke mal Also, rette unser Zeug Na gut, das hat aber ganz gut funktioniert Gibt's tatsächlich Aber warum macht man dann ein Team, hä? Ich glaub, du und Erik, er hätte das dann auch machen müssen Ich glaub, so war das Das könnte sein, ja Das könnte sein, ja Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht Ich auch nicht Immer der Nase nach, hier Oh, oh, Gott Okay Hallo Hallo Wie war die Heifert da jetzt so stehen? Danke Boah Ich muss da einfach weiter erzählen Das gibt's doch nicht Ah Er braucht leider immer so lange eine Schnauhe Das ist für mich einfach so süß, ey Das ist einfach so, wie der Erik ist Ja, Alter Hey Freunde Was? Was? Hast du ihr Hühnchen? Ja, am liebsten hab ich sie paniert vor mir liegen Boah, der Hähnchenwagen, ey Das tut immer so gut Hähnchenwagen Das gibt's doch Ich bin mal reingesprungen, nein Geh wieder hin Hähnchenwagen Hähnchenwagen Hey Ach, das ist doch scheiße Oh, aua Oh Mist Scheiße Ah Mann, ey Oh, Arsch Hui Hui Fuck Autsch Fuck Hey, hey, hey Ach, nee Komm, Tobi Machst du fertig Ach, war doch da Ich war doch da Tobi, Vorsicht Scheißkiste, Scheißkiste Hier Ich dachte, ich wär gestorben Ich dachte, oh Gott Ja, also ich bin auch totfallen Mach dir nix raus Nee, ich bin nicht weitergelaufen Ich dachte, ich wär gestorben Weil das so eine Explosion war Achso Ja, er kriegt das noch raus Ach komm Der haut wieder an Atom-Kurz Also ein Best of Tobi Ausraster Für den zweiten Teil Ist auf jeden Fall Hä, was war's denn? Was war das denn gerade? Scheiße Schon Doppelsprung verwendet Oh, 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 Gott Ich krieg wieder ne Kiste Ja, fick doch diese Kisten Entehe Wзыbäck Oh 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 Oh, oh oh, oh Das gibt's doch nicht Boah, irgendwie ein Blród Amen Oh, Alter Oh, Mann Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Au! Was war das? Entschuldigung. Ach, Mann, die lassen uns kussten. Ich kann das überhaupt gar nicht, ey. Ach, komm. Tobi, dein Ernst? Wieso treffe ich dich denn? Wir sind im Team dafür besteuert, Alter. Ich glaube, wir sind nicht im Team. Ich glaube, das wird wirklich nicht gemacht, weil ihr das... Nein, vorhin hat das so gut geklappt, Mann. Vorhin ist aber nicht jetzt. Oh, Small. Das gibst du nicht. Oh, ich bin so doof. Alles cool, geht schon. Ach, fuck. Oh, nichts ist cool. Ey, was macht der denn da? Leck mich doch am Arsch, Alter. Was macht der denn da? Guck mal, wie der rennt. Oh, das war nicht so schlau. Nein! Nein! Ach komm, ehrlich. Tschau. Ne, seh ich nicht ein. Du brauchst noch gar nicht mehr reden. Wir sprechen jetzt hier. Bok, bok. Hier geblieben. Junger Mann. Unfassbar. Beschwerde. Oh, oh, das war doof. Das hab ich nicht gesehen. Hast du bis da oben? Ach, äh. Ach, äh. Ach, äh. Ach, äh. Ach, äh. Ach, nee. Ach, nee. Boah, der Tobi, Alter, wie der seinen Arsch gerettet die ganze Zeit. Krass. Krass. Das heißt, den Boost nicht mitgenommen. Fickern! Hey! Boah! Was, Pan ist immer noch vorne? Ja, Pan ist immer noch vorne. Das fand ich nicht okay jetzt. Oh nein! Fick doch, diese Scheiß-Trek-Fäckverraggen, Alter. Wie der immer von hinten an gerannt kommt, ne? Guck mal da! Ach, komm. Genau in dem Moment, boah, machst du da an eine Plasma-Granat oder was? Ja lowry, das ist richtig! Was soll das denn jetzt hier? Was soll das denn?! Ich will nicht umziehen! Maaan, diese verkackten... Ach, das ist doch echt... Oh, ja, das war knapp. Oh, Pan, du bist voll gut grade, mann. Nein, nicht wirklich. Ich rede nur nicht. Nein! Hey, Curry. Na, Curry, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Toll. Toll. Bist du ja mal gleich? Guck dir den Kobi an mit seiner Glücksschwein-Karte, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ey, mit seiner Glücksschwein-Karte. Oh, oh, jetzt war's. Boah. Nice, Pan. GG. GG. Was für ein Mistspiel, Alter. Kobi, du wolltest Speedrunners spielen, hör mal auf jetzt. Ich wollt gar nicht Speedrunners spielen. Wolltest du wohl, du hast das sofort gesagt. Bitte. Danke. Ja, natürlich. Hä, wie kann ich jeder tot sein? Ich war noch voll im Rennen. Hä? Ich hab mir noch nur einen zweiten Boost geholt. Was war das denn? Sei froh, ich merk nicht mal, wenn ich tot bin. Ja, sicher, ja. Komm, ja, klar. Boah, Alter. Agropan. Was ist denn los hier, ey? Was ist denn los hier, ey? Ach, komm, Alter. Hey? 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 Hä, wo war das genau aus der selben Höhe? Ja, genau das... Das ist mir auch passiert. Genau das. Was? Oh. Was? Ich versteh nicht für... Alter! Oh, Bahn, Alter! Nice! Also die hat einfach alle drei Runden miteinander gewonnen. Alter, geil! Sehr cool. Ja. Ja. Ups. Erst das Rennen heute auf der Autobahn und jetzt das. Boah, die Bahn legen heute vor. Krass. Ich wollte draufgehen, als ich heute... Ne? Hey, das bist ja du. Puh. Hä, das ist ja auch so Curry bei mir. Ja, ne? Das bist du. Dein Skin war gerade im Ladebild. Ach so. Bei mir war der Curry, der gelbe. Ich hab Werbeplacement. Curry ist auch mal gelbe. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Jaaa... Hä? 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 Wo bist du denn lang? Hä? Oh, da, ewig lang. Hä? Oh. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ähm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oppan, alter, ALDER! Ja, sicher, ja. Fick. Fick. Gerne geschehen, Tobi. Scheiße. Hallo! Warte kurz, ich bin sofort wieder da. Oh, ich hasse das! Ich weiß ja teilweise gar nicht, wo man langen muss. Oh, cool. Korfetti. Das sieht schön aus hier, ne? Ne, find ich auch. Naja. 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 Was? Das hat die gar nicht gejuckt! Oh! Ich hatte ein Sprinkzeug, ich hatte ein Sprinkzeug! Oh, du kommst du in dieses Fetthühnchen einfach nicht mit deinem Haken! Oh! Fettshaming Tobi? Really? Really Tobi? Warum machst du sowas? Schämst du dich nicht? Darfst doch nicht fett sagen, Mann! Ne, warte mal, ist richtig, ist richtig! Doch, doch, man muss! Man muss! Boah, puh, puh! Alles gut! So! Ey, stopp! Hey, warum immer auf mich? Ah! Ich wollte dich gar nicht! Ach, safe, ey! Alter, fahren! Curry! Ja? Ahaha! Ey! Ich schaff's noch! Ich schaff's noch! Ich schaff's noch! Wie der einfach immer da hochfliegt! Ich fette Huhn, ey! Ach, leck mich doch am Sack, Alter! Das gibt's doch nicht! Guck mal, der ist einfach schneller als ich! Warum? Ja, der wiegt zwölfmal so viel! Ich nutze mein Körpergewicht! Ja, mit Schwung, oder was? Oder wie läuft das? Wie so eine Steinschleuder! Gravitation! Wuh! Oh, naja! Ich war ja noch im Rennen! Eigentlich war ich noch im Rennen! Das ist zu unfair, Mann! Du bist ja echt geflogen! Manchmal ist es unfair, ne? Muss man einfach mal sagen! Schade! Das stimmt allerdings! Wuh! Warum bin ich hier? Warum schon wieder? Ach, Tobi, komm! Weißt du was, Tobi? Ich kann doch da auch nichts für, Currymann! Ja, da sagen sie immer und dann sind sie schwanger! OOOOOOAH crumble! W용ir, spinnen! Könne ich gar nicht, was ließ los! Warte, guck drauf! Hä, was war das, wieso! Was schm... Was betrifft du? Was betrifft, hm? Ach ne! Es reicht mir jetzt! Ich spring schon wieder! Boah... Ja genau, Pant, sehr gut. Gleiche Idee. Ja, geh doch auch mit deinen Kistener bitte jetzt. Was ist los, Tobi, hm? Ja, aber doch heimlich bei dir all. Fällt dir wohl nicht, wa? Oh nein. Nein, kacke. Au. Oh, ich wusste es. Alter, und dann werd ich doch gefroren von... Was ist das denn für ein Assi-Move? Tobi stirbt auch noch. Nein, Tobi, Tobi, bring es. Tobi, los, bring es. Alter, Tobi, voll der Fighter einfach. I'm a survivor. Ah, nein, scheiße. Ah, schade. Oh. Guck ihn dir an. Holy shit, ey. Ah, Tobi, ich komm an deinen Arschbacken hier hoch, Tobi. Geiler, 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 geiler. Nein, schade, nein. Ja, Spinne, Spinne. Da leckt mich doch, ey. Das ist doch nicht wahr. Ey, stopp. Moin. Schöne Hintergrundgrafiken. Ach, komm. Ey, diese scheiße Ecke, ich krieg sie niemals hin. Ich hab grad nicht mal Rollstuhl geguckt, weil hier stand irgendwie... Die Store hat eine Ankündigung. Hä? Hab ich aus Versehen gewonnen gerade. Tja, das tut mir leid. Was hast du für eine Ankündigung? Was ist los? Hier kam mal bei Steam, äh, das ist ein Big Picture, kam eine Ankündigung. Hä? Die Store hat irgendeine Ankündigung oder so, keine Ahnung. Ja, nein. Irgendein Game. Irgendein Game. Du weißt mittlerweile ja nicht mehr, welche du hast. Hä? Was ist denn diese Diskriminierung schon wieder? Das ist Diskriminierung heißt das, Mann. Ich hab da mit dir geredet, ey. Sprech da bitte richtig aus. Oh, hier frisst meine Rakete. Oh-o-o-oo-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ach, Tobi, oh Gott. Tobi, komm. Nein, Tobi, bitte. Nein, Tobi, ich geh doch mal gemütlich nach vorne. Ja, komm. Verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich in dein Nest. Leg Eier. So, das war jetzt ne schöne Runde Speedrunner. Speedrunner. Hä? Bist du ruhig? Das sind jetzt ganz viele neue Maps. Das ist ne Weihnachts-Map, Mann. Ja, ganz toll, Tobi. Frohe Weihnachten. Aber... Mir macht Speedrunners immer noch sehr viel Spaß. Wir haben jetzt ein Spielaufgast. Besonders, Leute. Speedrunners 2. Nein. Speedrunners 2 kommt jetzt. Weg hier. Wenn sein Skin jemand Küken hat, verbrenne ich die auch. Boah. Das ist aber heftiger als Chicken McNuggets, Alter. Nee. Er macht ja immer, um da Frühstück zu gehen, der Curry, ey. Ja. Boah. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Hause. Tschüss. Alles klar, alles klar. Na komm, Curry und ich spielen noch ne Runde. Ja, okay, alles klar. Let's go. Alles klar. Äh, wirklich? Nein. Bonusrunde jetzt bei uns in der Folge, komm, Curry. Ey, 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 ey. Wir stehen einfach hier, ey, guck mal hier. Der Mondschein, ey. Ja, gewonnen, yeah. Der Mondschein. Ja, Curry, let's go. Yeah, Curry, let's go. Yeah, Curry, let's go. Yeah, Curry, let's go. Um jeden Preis. Aber der Nachthimmel ist doch so toll. Okay, Curry, let's go. Okay, Curry, let's go. Yeah, Curry, let's go. Ja, der Mond, der Mond. Aua, 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 aua. Der Mond. Um jeden Preis. Hä, was ist denn da los? So, jetzt ist hier, ich hab, äh, Fichern am Rappeln. Ja, okay. Ja, jetzt süß. Ja, dann süß. Oh geil, ich hab nen neuen Skin freigespielt, glaub ich. Ja, siehste mal. Um jeden Preis. Schade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Haben die jetzt echt ne Bonusrunde gemacht? Nein. Um jeden Preis.